So, Nachthacken, du! Bist alles Nachtkacken! Wie ist das denn ein Stickbaum? So dick sieht er nicht aus hier! Der Stamm muss schön dick sein und lang! Toll! Wo ist alles hingeflogen denn? Jetzt lenkt mir auch nichts und die Technik nicht stimmt! So, damit das nicht verloren geht, nehme ich die manuell in die Hand! Manuel Neuer in die Hand! Hahaha! Tja, machen wir mal Licht! Wollte ich eigentlich nicht! Siebzehn Sticks! Äh, Loks! Bum! Bum, bumm! Bum! Brumm, brumm, brumm! Brumm! Brumm, brumm, brumm! Hier fliegt auch alles mögliche durch die Gegend. Ah, nein, das war doof. Aua, aua, aua. Toll, schöne Rüstung. Jetzt haben wir schön gar keine mehr. Okay, wir brauchen die Lurche. Zur Abwechslung wollte ich mir mal Wasser holen. Unser alten Pott. So, das kannst du auch anmachen. Hallo Vera, okay. Hier nehmen wir auch noch was raus. Sehr schön. Wobei Durst haben wir ja gerade gar nicht. Aber, naja, ist egal. Haben wir schon mal gekocht. So. Aber jetzt pennen wir mal eine Runde. Speichern. Nicht so viel Feuer, bitte. Ich kann noch mal was trinken. So, nehmen wir lieber wieder mit. Und so einen Schlitten. So einen heißen Schlitten. Sorry, das musste jetzt sein. Ich fahre jetzt mal den Hasen um. Ich fahre jetzt mal den Hasen. Einiges gezeigt haben wir wieder. Triceps. Okay. Ich gueser Typed Bomb. Oh ja. Hm, wenn ich das jetzt mitnehme und das mitnehme... Hm, ich brauche noch einen blöden Lock. Toll. Naja. Du 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 du... Scheinbar, ich glaube, um... Am 17. Um 11 Uhr abends ...soll die 0.15 rauskommen. Das heißt, bis davor kommt noch in dieser... in dieser Version die Folgen. Und dann kommt die nächste Version, die neuen Updates. Und dann kommt die nächste Version und die neuen Updates. Da es aber auch noch einiges zu zeigen gibt Wir können auch noch in die Höhlen gehen Oh, da hinten sind Leute Wir können ja unsere Bäume verbinden Und irgendwo mal ein anderes, schöneres Haus bauen Also wäre noch einiges zu tun, auch mit den Updates Das kriegt man schon hin Daher Pause... Glaub ich mal eher nicht, dass es hier eine Pause geben wird Aber... Vielleicht wird es dann irgendwann mal so sein, dass das Projekt hier alle zwei Tage kommt Wechsel in ein anderes Spiel, wie gesagt Schauen wir mal, ich weiß noch nicht genau Kann auch alles völliger Bullshit sein und alles geht wie gewohnt weiter Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch sehr hoch Ja, der Lockslack kann ja immer hier bleiben Der verschwindet glaube ich wieder beim nächsten Laden, oder? Was ein bisschen blöd ist Hier lasse ich die mal so Ach, die suchen ihren Kollegen Ich weiß, die brauchen noch einen Stamm Und ich würde sie gerne auch noch zeigen Ich glaube ich mach mal ein bisschen Randale Komm So einfach geht das Was? Haben wir was abbekommen? Nö Zack Haben die... Haben die was schönes dabei überhaupt? Die Dose Die ist ja aber nett Ich habe die Dose mitgebracht für mich Und Zähne Die freut sich aber Die Zahnfee Die haben auch immer Hunger Naja So Das ging aber eben sehr gut Das ging aber eben sehr gut Oh oh Gibt's bald die Rache? Man weiß es nicht Keinen Stamm soll verloren gehen Ah Muss ich ja noch zweimal laufen Ich wusste die Loks hätten auch dabei gehabt Aber ich will sie Lieber hier hin tun Ja Ja, Kollege Ja, Kollege So Soll ja nichts verloren gehen Hier Gehen Ja, genau Manchmal sammle ich einfach Zähne auf Während des Rennens Was ich jetzt gerade nicht mehr kann Äh Komm Komm Weißt du was Die Kohle hat sich verdient Platsch einmal abwaschen Und Blut Säubern Wieder Zähne aufgesammelt beim Rennen Soll ich endlich nochmal das scheiß Haus Äh Das scheiß Dach Fertig machen Der hat eine Ausdauer wie weiß ich auch nicht Bitte Nein Weiß ich nicht Juhu So sieht das aus Alles einsammeln nochmal hier Du In der Nähe Es wächst wenigstens was Das ist nicht schlecht Aber hier ist ein bisschen offen Und da Naja Bisschen dunkler hier Aber es geht wohl So ich will ja mal speichern noch mal